Wenn ihr Parfüms günstig testen wollt, dann könnt ihr jetzt in der Black Week richtig, richtig viel sparen. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht zu Parfori, wo ihr immer so Parfümabfüllungen bekommt und wirklich auch von coolen Marken wie zum Beispiel Sergio, Parfüms de Mali, Inicio und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel den Sergio Nuxos von Parfori, den Sergio Fast, wir haben hier den Inicio Side Effect, ich habe hier noch einen Parfüms de Mali Duft, also die haben wirklich viele krasse Marken. Und jetzt zum Black Friday und zu der Black Week, also von heute, Montag bis nächsten Sonntag, gibt es eigentlich wirklich ein unschlagbares Angebot, extrem, extrem günstig und wer sowieso mal überlegt hat, vielleicht bei Parfori sich Abfüllungen zu bestellen, da Mitglied zu werden oder eben einfach generell Parfüm testen will und jetzt eben günstiger zur Black Week, dann auf jeden Fall dranbleiben. Die Mitgliedschaft kostet jetzt in der Black Week für die ersten beiden Monate 4,95 Euro pro Monat. Man kann auch dann danach wieder kündigen, wenn man will, also zwei Monate für jeweils 4,95 Euro. Und das ist wirklich ein geisteskrankes Angebot für den Preis. Ich zeige auch mal gleich alles, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Aber 4,95 Euro für zwei Monate, also zwei Parfümproben A8ML von den Düften, die ihr euch eben selbst aussuchen könnt. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Angebot, wenn man einfach mal teure Nischendüfte ausprobieren will, wie zum Beispiel, wie gesagt, von Zerjow, Parfüm Simali, Inicio und so weiter, weil einfach die Flakons wirklich sehr, sehr teuer sind. Ich zeige euch jetzt mal, wie das genau hier funktioniert. Also wenn ihr auf den Link unten in der Beschreibung klickt, dann kommt ihr auf die Seite von Parfori. Hier sieht man schon das Black Week Angebot. Luxusparfüm im Abo oder in der Mitgliedschaft für 4,95 Euro für zwei Monate mit dem Code BLACK. Und es ist eigentlich so simpel wie einfach das Prinzip. Ich habe ja auch schon mal ein einzelnes, ausführliches Video zu Parfori gemacht. Wenn das interessiert, auch gerne mal in die Beschreibung gucken. Aber jetzt wirklich mal nur kurz, wie man sich diesen Rabatt, diesen wirklich guten Preis mitnehmen kann für die Black Week. Sagen wir mal als Beispiel, wir gehen mal hier oben auf Marken und gucken mal, welche Marken die überhaupt alle haben. Hier sind schon einige da. Und dann sagen wir zum Beispiel mal, wir wollen vielleicht im ersten Monat einen Duft von Zerjow haben. Sagen wir mal den Zerjow, ja einfach mal den Naxos hier ganz oben. Dann auf Parfüm testen und dann wird er in meinen Parfümkalender hinzugefügt. Wenn ich jetzt nochmal direkt für den zweiten Monat auch etwas haben will, ich gehe mal hier ganz kurz wieder raus. Dann gehe ich nochmal auf Marken und sage, okay, ich möchte vielleicht noch eins von Parfüms de Mali haben. Gehe ich mal hier auf P und Parfüms de Mali und sage dann, na komm nochmal den Layton für den zweiten Monat. Gehe auf Kalender und kann dann auf Mitgliedschaft aktivieren gehen. Dann gehe ich auf Mitgliedschaft aktivieren, kann natürlich hier meine ganzen Geschichten eintragen. Und ihr seht schon, normalerweise kostet die Mitgliedschaft monatlich 17,95 Euro. Wenn ich jetzt hier unten einmal den Code eingebe, Black, dann kriege ich direkt einen Rabatt abgezogen von 13,00 Euro. Und ihr testet sozusagen 8ml von dem Zerjow Naxos für 14,95 Euro, was wirklich ein sehr, sehr guter Preis ist. Also ein 100ml Flakon vom Zerjow Naxos kostet ja schon, ich glaube, 245 Euro. Also einfach mal zum Testen, 8ml Zerjow Naxos für 14,95 Euro ist ein top, top Angebot. Ihr bekommt dazu natürlich auch noch hier so ein Etui von Parfüms, wo ihr dann eben die Abfüllung hier reinstecken könnt und dann eben sprühen könnt sozusagen. Das gibt es noch kostenlos dazu. Und ansonsten muss man sagen, für manche Parfüms gibt es einen gewissen Premium-Aufschlag, weil es einfach sehr, sehr teure Parfüms sind. Aber gerade jetzt mit diesem Black Week, Black Friday-Angebot und eben diesen wirklich sehr, sehr günstigen 4,95 Euro pro Monat ist das unschlagbar. Wer es sowieso mal ausprobieren wollte, wer sowieso generell Interesse hat an Abfüllung, auch an originalen Abfüllung, dann gerne mal in den Link unten in der Beschreibung darauf klicken und gerne mal gucken, ob da was für euch dabei ist. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr krass. Gab es auch bei Parfori so noch nie, weil es wirklich einfach sehr, sehr günstig ist. Und wie gesagt, wenn ihr Parfüm testen wollt, günstig, auch von coolen Marken, dann gerne mal einfach unten auf den Link in der Beschreibung klicken.